Ihr sprintet gar nicht in den Kampf. Wie wollt ihr denn gewinnen? Er schickt lieber feste Geruch. Noch leck mich die Fokus nicht weg, ich guck mir da, darf gar gehen ey. Ach, ich krieg nichts hin. Ah, spring doch nicht weg, bleib doch hier. Ach, spring wieder weg. Du weißt aber auch den Heel aus, ernsthaft. War das seine Ulti? Ne. Seine Ulti war das ja. Dramatische Vorten. Die Töne sind vorgelegt. Die Töne sind vorgelegt. Die Töne sind vorgelegt. Der Töne ist vorgelegt. Ich muss die erst casten, dann habe ich die Parasiten, die ich schießen kann. Ich hatte die Zeit nicht dafür am Ende, außerdem werde ich kurz stehen, wenn ich einen Parasiten schieße. Ich hatte die Zeit nicht, außerdem habe ich meinen Air benutzt, um mir ein Chill zu geben. Immer noch, wir müssen das Longgame spielen, wir haben eigentlich besseren Support, wir müssen nicht voll rein damagen, wir haben bessere Heilung. Ihr Team Claims die Orb. Oh, ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen, ich habe nicht gewonnen, ich habe nicht gewonnen. Der war bei mir. Ja, bisschen was besser, bisschen rein und wieder raus. Hey, du hast noch mehr Punkte als ich, warum habe ich einen MVP? Fuck! Den verstehe ich jetzt nicht, du hast bei mir 11 Punkte mehr. Ich habe auch kaum den MVP gemacht, die Runde. Ich habe mich gelesen. Ich habe mich gemmenschen. Ich habe mich gemensht, nein... Ich hab mich gemenscht. Wtf? Okay. Warum kann ich mein Team nicht machen? Ich leck mich, das Game ist verfickt gebacken. Ich habe den Namen. Ich habe den Namen. Ich habe den Namen. Wurde hin? Keine Ahnung. Ich bin auf meinen Mount. Dann holst du den halt Ulti. Alter. Alter. Wie? Jetzt glaube ich doch nicht so. Fahre ihn einfach. Rund 1. Die nächste Zeit, wenn wir uns treffen, machst du besser. Ich bin sicher. Habe meine Ulti komplett gefehlt in dem Moment, aber nein. Ja, ich auch. Muss man halt gut vorziehen können, wenn er auf dem Pferd sitzt. 7? Ah, okay. 3, 2, 1, fight! Unser kleiner Pony weiter. Ja. 1, 2, 1, hinein. 5, 1, land zu kommen. 5, 1, 2, 1, dieions. 5, 1, 2, 1, die sinds. Ja, ich weiß, nicht zu kommen. 5, 1, die sinds. 5, 1, die sinds. 5, 2, 1, die Siegen. 5, 1, die sinds. 5, 1, die sinds. Das war's für heute. Ich hab'n gefeiert in der Ecke noch. Und hab'n vollgebodyblockt. Da war ja auch noch meine Motte neben ihm, der konnte da nicht weg. Ja. Klopf, 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 klopf. Da ist bestimmt ein bisschen Methanol bei dir. Genauso wie warm wird Brand eigentlich egnighted und beim Tsunami geheilt. Ja, das ist Ethanol. Ja, das war's für heute. Petrify, okay? Oh nein! Oh nein! Ach, leck mich, Mann. Was ist das für'n Retarded Gem? Ups. Ich hab' Konto angemacht, das ist doch Quatsch. Ups. Nope. Witzig. Marvin weiß, wie lange Arak- immer. Ich hab' Arakalis Phasen alle übersprungen. Ja, das ist Moltenstrike. Moltenstrike ist einfach fucking okay. Wer war denn Arakali? Dieser Spinnenboss. Die hat noch nicht mal ihre ersten Blitze gemacht. Da war sie schon tot, theoretisch gesehen. Sie war schon tot. 3, 2, 1, 5. Es wird nur durch ihre Phase durchgehen. Nein! Sie geht dann direkt zum Silk, frisst ihn auf, kommt wieder hoch und ist tot. Boah, der siebte Wagen heute. Vielleicht hab' ich den auf Level 7. Oh dummies. Also ich steh' jetzt hier rum und halte... ...halte Taste gedrückt, because... ...fucking Clown-Tier ist da. Ich freue mich mit! Also da sind wir. 10,zil, aufhört, und los. 2, 3, 2, 1. Das ist ein Pferd! Witzig, ich bin nicht sicher! Cool, hat irgendwie funktioniert, obwohl wir ganz schnapp die Fresse gekriegt haben am Anfang. Zumindest gefühlt. Cool. Hast du ordentlich reingelunzt mit deiner Ulti, ja? Ja nicht, du hab ich nur eingebrochen. Dann hast du vorher schon ordentlich reingelunzt. Ja, dring mich gegen die Wand. Mein was nicht direkt durch mein Pebel stirbt, stirbt durch die Feuerbälle. Witzig. Oh, Steve. Nice Ulti. Pick' ich mal Floswinden-Backup. Okay. Ja, das war echt nice, die beiden hatten gar keinen Bock mehr. Ja, du hast die voll durchgeholt und ich konnte einfach nur noch ein Retribution rein und beide tun. Ja, Backup gemacht. Ja. Es hat jeder mal einen MVP bekommen, die Runde, ne? Ja. Nice. Ja. 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 Ja.